Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem zweiten Hund ging es bei uns jetzt ganz schön schnell. Aber wie genau ist es eigentlich dazu gekommen? Wir gehen in die zweite Hälfte des Jahres 2023 und meine viereinhalb Jahre alte Hündin Abby war zu dem Zeitpunkt weitestgehend fertig, was die meisten Themen im Bereich ihrer Erziehung angeht. Sie hat zwar noch ein paar Ecken und Kanten, sie möchte gerne Katzenlündchen und bei gewissen Wildreizen tut sie sich sehr schwer, aber das ist bei ihr genetisch so hart verankert, dass es wahrscheinlich nie ganz weg oder nie vollständig kontrollierbar sein wird. Also dachte ich mir, wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um eine Ergänzung hier reinzuholen und mir war zu dem Zeitpunkt auch schon völlig klar, dass ich auf gar keinen Fall einen Welpen haben möchte. Meine Katerin hat zu dem Zeitpunkt einen Golden Retriever-Welpen gehabt und der war dann hier mit auf der Arbeit und zu dem Zeitpunkt habe ich schon gemerkt, um Himmelsgottes Willen, auf gar keinen Fall möchte ich so ein kleines, unzurechnungsfähiges Tierchen, was noch nicht mal seine Blase vernünftig unter Kontrolle hat. Also war klar, es sollte mindestens ein sechs Monate alter Hund werden.